Wenn ihr wissen wollt, was der kleine Kompressor für die Bike-Werkstatt mit eurer Waschmaschine so gleich hat, dann schaut euch mal heute die aktuelle Folge an. Let's go up ins Video. Hallo, grüßt euch zu diesem neuen Video aus der eigenen Bike-Werkstatt. Hier die Serie auf dem Kanal, wo ich immer super gern drauf eingehe, auf ein paar Produkte für die eigene Bike-Werkstatt, ausstattungstechnisch, was man sich so alles da gönnen kann. Ich war auf Suche nach einem Kompressor, der halt einfach familienkompatibel vom Budget her ist, der vor allem halt auch lärmtechnisch in Wohngebiet oder in Mietseinheit passt, weil in meinem Fall das Problem in der heimischen Garage, bin ich halt in der Garage genau unterhalb von dem Wohnschlafzimmer meines Mitbewohners, der auch zur Miete wohnt und ich glaube, der käme wahrscheinlich nicht gerade auf die größten begeisternden Aussprünge, wenn ich sagen würde, ja, ich lasse einen klassischen Kolbenkompressor am Sonntagmorgen um 8 Uhr genau unter seinem Sofa laufen. Schlechte Idee. Deswegen war ich auf der Suche nach einem Kompressor, der einfach deutlich leiser ist und deutlich kompatibler für ein ruhigeres Wohngebiet. Dann kam ich auf ihn hier, den kleinen Fevor-Kompressor und da muss ich wirklich sagen, also Flüster-Kompressor und da muss ich einfach sagen, ich war lange nicht ganz so cool da damit und sagte, machen die wirklich genau das, was ich wirklich brauche? Ich kann jetzt einfach sagen, ja. Bevor wir uns aber rein starten ins Thema Lärm und wie laut ist er wirklich, schauen wir uns mal kurz im Unboxing an, wie bei einem Kompressor geliefert wird und dementsprechend, was alles so dran ist. Thema geliefert, ihr könnt unten ausstecken in der Beschreibung, da habe ich ihn euch gerade mal verlinkt, wenn ihr ihn euch einfach auch gönnen möchtet. Die Lieferung ist relativ easy, ein großer, super stabiler Pappkarton, Kompressor ist drin, super eingepackt, ihr müsst halt noch die Rädchen montieren, super einfache Nummer, wie aber halt auch die Gummipuffer vorne, auf denen er noch steht und den Luftfilter anschrauben und das war's, der Kompressor ist dementsprechend für euch ready to go. Also Stecker rein und die Sache passt. Stecker rein, die Sache passt, war für mich genau an der Punkt, wo ich sagte, das macht Sinn, jetzt habe ich mal ein bisschen Gefühl für die Lautstärke. Der erste Gedanke war dann der zum Thema auch Mietshaus kompatibel oder halt auch ruhigeres Wohngebiet kompatibel, Sonntag morgens 8 Uhr Reifen aufpumpen. Da war so mein Gedanke, es hört sich eigentlich so an, wie eine moderne Waschmaschine im Schleudergang. Und die habe ich ja auch im Keller stehen, also kann ich ihn genauso auch in den Keller stellen und habe damit mit einem, keiner meiner Mitbewohner, irgendeinen Ärger. So war es einfach und ich muss sagen, kann man auch so einstufen, weil die ganzen Angaben in Dezibel und was da alles draufsteht, kann man irgendwie einstufen, ja klar, aber ich glaube der Vergleich zum Schleudergang einer aktuellen neuen Waschmaschine ist ein relativ guter Vergleich, um auch Lautstärke einfach einchecken zu können. Ich kann eben daran weiterarbeiten, ich muss mir nicht irgendwie die Ohren zuhalten. Es macht einfach Sinn, vor allem gerade, seien wir mal ehrlich, Bikewerkstatt braucht man einfach oftmals Rückluft, um Tupless zu montieren, weil mache ich das im Regelfall vielleicht nicht gerade in der Werkzeit, sondern auch mal abends, wo ich mal kurz Luft brauche oder halt der Klassiker, deswegen habe ich mal geholt, gerade meinen Reifen nachpumpen und mal Luft wieder reinbekommen morgens vorm Job um 7, 6, 7 Uhr morgens. Dann muss ich einfach sagen, ein Kolbenkompressor wäre nicht möglich gewesen. Er hier ist als Flüsterkompressor, da ist er wirklich super, super leise und er macht halt genauso, braucht einfach kurzfristige Druckluft, um halt die Reifen wieder an Start zu kriegen oder auch mal Werkzeuge zu betreiben. Das ist auch gar kein Problem. Warum habe ich mir den kleinen geholt und keinen größeren? Ja gut, wenn ihr sagt, ihr wollt einfach ein bisschen mehr Druckluftvolumen haben, gibt es den ja auch in größer. Gar kein Problem, da könnt ihr auch Lackierarbeiten und Co. ausführen. Für mich in der klassischen Bike-Werkstatt brauche ich nicht wirklich mehr. Da reicht der Kessel aus, den der aktuell hat, mit einer Größe von 25 Litern reicht mir da völlig aus. Für das klassische Bike-Schrauben brauche ich nicht mehr den Reifen aufpumpen oder das Autoreifen aufpumpen, ist hier für mich allemal drin und da stecke ich ihn auch für mich in die heimische Garage einfach rein. Werkzeuge antreiben zum Reifen wechseln, Winterreifen, Sommerreifen wechseln, klar kein Thema, geht dementsprechend genauso. Ihr habt jetzt hier einen Dauerluftstrom, den ihr entnehmen könnt, so von 160 Litern pro Minute. Das ist völlig okay, für die Bike-Schrauberei mehr als übrig und da muss ich sagen, da habe ich ihn mir geholt. Ich muss sagen, er war schon gestanden in meiner heimischen Garage und da macht er genau den Job, den er tun sollte. Er ist einfach da als kleiner Helfer, wenn man einfach mal kurz Luft braucht und einfach auch vor allem leise Luft braucht und halt das wirklich familienkompatibel noch vom Budget hin zu bekommen hat. Wenn man sagt, zwischen 100, 150 Euro will ich mir einen Kompressor holen. Er liegt genau mittendrin, so mit 130 Euro kann sich ein bisschen verändern, aber da kann man sich schon mal den coolen Kompressor einfach gönnen. Wie gesagt, Link unten habe ich in der Beschreibung euch dementsprechend reingehauen. Fakten, was ist noch alles dran? Ich glaube, wir kennen es alle, was so ein Kompressor alles hat. Das ist relativ einfach. Wir haben einmal die Clash-Bedieneinheit mit dem Schalter, um den Kompressor einfach einzuschalten. Fährt dann hoch auf 8 Bar. Auch völlig klar, wie es alle Kompressoren oder viele in der Regel tun. Habe Druckminderer dran, wo ich hier noch meinen Druck einstellen kann, den ich dann haben möchte. Nach dem Druckminderer stelle ich immer ungefähr ein auf 4 Bar für das klassische Fahrrad-Business, weil da brauche ich nicht mehr. Und dann möchte ich auch nicht auf den Reifen draufgehen mit 8 Bar, weil schon ein bisschen viel Power. Deswegen stelle ich auf 4 Bar ein. Damit laufe ich für mich persönlich in der Bike-Werkstatt genauso, wie ich es eigentlich für mich auch haben möchte. Eine Sache, die glaube ich relativ wichtig ist, wo keiner oftmals dran denkt, ist eine Kondensatablaufschraube unten dran. Die müsst ihr halt alle Monate mal kurz aufmachen und das Kondensatwasser rauslassen, wo es sich bildet, weil klar, wenn Druckluft anzieht, hat die Umgebungsluft einfach Feuchtigkeit, Wasser, die im Kessel hier kondensiert und die muss irgendwo raus. Dementsprechend sollte man das auch dahingehend tun. Technische Daten, noch schön, dass wir wissen, was wir hier sind, den ich mir jetzt geholt habe. Klar, ihr könnt größer gehen, gar keine Frage, ist der kleinste aus diesen Baureihen raus. Aber es hat für mich völlig ausreichend. Wir haben hier eine Leistung von 750 Watt vom Motor. Ist auch für mich dahingehend ein wichtiger Punkt zum Thema, was kann ich anschließen? Wechselstrom, Schuckerstecker, klar. Und ich habe oftmals in der Garage auch nicht gerade die Drehstromvorräte, dass ich auch genügend Energie ziehen darf, sondern ich muss meinen Strom ein bisschen haushalten und einteilen. Deswegen mit 57 Watt bin ich safe und kann locker noch andere Geräte auch zum Kompressor dazu betreiben. Für mich ist in der Bike-Bude eher weniger das Thema. Aber wenn ihr einfach sagen wollt, ihr wollt noch nebenher anderes E-Werkzeug laufen lassen, wo ihr auch noch ein bisschen Energie braucht, habt auch bloß eine Phase in eurer Garage, dann müsst ihr halt auch mit dem Energie ein bisschen haushalten, um nicht allzu viel zu ziehen. Deswegen 57 Watt, das macht genau den Job, den es dementsprechend tun soll. Aber für mich der Game Changer, ganz, ganz wichtig. Einfach super leise, Mietzhaus, Mietzwohnung konform oder ihr wohnen im super ruhigen Wohngebiet, da wo ihr Wäsche waschen dürft, da passt der eigentlich auch hin vom Geräuschpegel. Das ist mein mittlerweile Spiegel, wo ich in die ganze Sache hineinlege. Echt eine coole Geschichte. Und dann kann man einfach sich gönnen und vor allem noch cooler Preispunkt, wenn man sich überlegt, 130 Euro für einen kleinen Kompressor in dieser Ausführung, ein super, super Kurs, Silent-Kompressor vor allem, kann man sich irgendwie gönnen. Wie gesagt, haut unten in die Kommentare rein, was ihr zum Thema Kompressor für Gedanken habt, was ihr für einen habt. Ob ihr auch sagt, ich möchte mal sowas überhaupt haben für meine Bike-Werkstatt oder für meine Garage im Allgemeinen, weil der Autoreift braucht ja ab und zu auch ein bisschen Luft. Kann man damit ja auch dann wieder quasi mit Luft befühlen, wenn man den Wechsel machen muss, gerade von jetzt aktuell den Winterreifen auf die Sommerreifen. Ich kann ihn euch nur, mir gefällt er einfach, muss ich einfach so sagen. Lasst die Kommentare fluten und dementsprechend noch ein Abo da lassen, ein Like da lassen und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Macht's gut und bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.